Eine neue Woche, eine neue Folge, damit ganz, ganz herzliche Grüße an dich, lieber Timo. Tobias, Tobias, du Timo. Ah, Tobias, sorry. Soweit ist es schon. Nein, Spaß beiseite. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem DJ Talk Deluxe. Wieder mit am Start mit mir und meinem Broski Golemo. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ja, ich weiß. Aus meiner neuen Zentrale hier, aus unserer neuen Zentrale. Deine hat man ja schon gesehen. Ja, sehr, sehr nice geworden. Also Respekt. Ja, viel Arbeit, viel Schweiß. Ja, was soll ich sagen? Viel Nerven. Alle Nerven. Also ich muss es echt sagen. Letzte Woche war es auch noch okay. Letzte Woche habe ich ja die Wand gemacht, nachdem wir aufgenommen haben. Das ist noch wirklich easy gegangen. Also es war jetzt nicht so überdrüber aufwendig. Also es waren ein paar Holzlatten im Endeffekt, so ein Kantenholz, das ist an die Wand geschraubt worden, weil der Verputz im Keller halt nicht so 100% gerade ist im Endeffekt. Und ich habe dann halt so ein paar Platten drüber geschraubt und darauf halt die Akustikpaneele und meinen neuen Bro hier oben. Zwillingsbruder. Das ist alles relativ ratzfatz gegangen. Also es war am Sonntag eigentlich fertig. Und was mich eher beschäftigt hat dieses Wochenende, ich habe mir nämlich diese schönen leuchtenden blauen Lampen hier gekauft. Und Bruder, ich muss sagen, in welcher Qualität das geliefert wird, ist, absolut bodenlos. Also ich habe, glaube ich, pro Lampe habe ich 60 Euro gezahlt. Und ja, habe die dann angeschraubt, habe die angesteckt und es kam kein Licht. Und dann habe ich den irgendwann runtergeschraubt und habe gesehen, auf dieser, wie kann man ja Farb wechseln und so weiter, also so eine normale LED-Leiste im Endeffekt, und diese Platine, die dort ist, mit der Kontrolleinheit im Endeffekt, da sind die ganzen Drähte runtergerissen worden, weil diese Lötstellen einfach bodenlos sind. Also billiger kann man eine Lötstelle nicht machen, glaube ich. Weißt du, wie man das nennt im Fachjargon? Kalte Lötstelle. Kannst du was lernen? Ja, in dem Fall war es nicht mal eine kalte Lötstelle, weil der Draht war weg. Okay, abgebrochene Lötstelle. Genau. Dementsprechend bin ich wieder zum Baumarkt, habe mir dort eine Lötstation gekauft. Warum hast du dich da einfach umgetauscht? Ich wollte das diese Woche fertig haben. Okay. Ich wollte das nicht erst wieder verpacken und wegschicken und dann wieder zurückholen. Vor allem, ich habe auch die Halterung und alles schon montiert gehabt und alles schon parat. Und auch diese Isolierung auch schon runtergenommen gehabt von der Platine, damit ich sehe, was da los ist. Und weil das Ding einfach nicht gegangen ist. Dann bin ich mir so einen scheiß Lötkolben kaufen gefahren und habe da heute herumgelötet und das Ganze wieder zum Laufen gebracht. Also wenn es im Stream zum Brennen anfängt, wissen wir warum. Und nicht nur das habe ich gemacht. Wir wissen ja von vergangenen Folgen im Endeffekt, ich hatte immer wieder so ein bisschen Probleme mit meinem super tollen Internet, weil das nach und um sogar nur so ein bisschen provisorisch hergerichtet worden ist. Ich habe mir jetzt wirklich auch die Zeit genommen und habe ein Kabel vom Modem durch die Wände, durch die Leerverrohrungen. Ich brauche kein Sattkabel, ich sage es wie es ist. Es geht alles über das Internet bei mir. Habe das Sattkabel rausgezogen, habe die Leerverrohrung dafür genutzt, um ein LAN-Kabel runterzuziehen. Die Leerverrohrung ist aber nur so dünn, dass ich vorne die Spitze habe abzwicken müssen. Also ich habe nur das reine Kabel runterziehen können. Habe mir dementsprechend im Internet eine Krimzange bestellen müssen. Für alle, die nicht wissen, was es ist, das ist diese Zange, mit der man wieder diesen LAN-Anschluss fürs Internet wieder raufbekommen kann. Also einen neuen halt in dem Fall. Und habe mich heute noch damit beschäftigt. Ich war ein Jahr in der HTL, danach hatte ich keine Lust mehr und das hat sich ausgezahlt. Es ging noch mal, beim ersten Anlauf, alles funktioniert, alles cool. Ich habe jetzt super geiles Internet wieder hier herunten und jetzt macht das Ganze Spaß. Also demnächst, sobald ich mein Chaos auf der anderen Seite hier, also hinter mir ist okay, auf der anderen Seite ist alles chaotisch und ein pures Chaos. Sobald ich das beseitigt habe, steht doch der ein oder anderen Zockerpartie nichts mehr im Wege. Na, ich bin gespannt. Ich habe schon überlegt, ob ich die ganzen Spiele, die wir früher gezockt haben, auf der PlayStation lösche. Löschen? Ja, habe ich schon überlegt. Aber da siehst du, es ist halt wirklich so, tut mir leid, dass ich dich gerade unterbreche, aber es ist halt wirklich so, wenn du dich nicht wohlfühlst irgendwie, dann willst du auch nicht wirklich Zeit hier unten verbringen im Keller. Und ich habe mich bis dato absolut nicht wohl gefühlt, weil bis vor kurzem sind ja noch die Umzugskartons und so weiter hier gestanden. Es war eine Abstellkammer. Ja, es war eine absolute Abstellkammer. Also es war jenseits von Gut und Böse. Und jetzt, wo das alles so ein bisschen Form annimmt, fühlt man sich so ein bisschen heimelig hier unten. Also man fühlt sich ganz wohl. Es wird wohnhaft, sagen wir mal so. Und von daher, ja. Wie gesagt, ich finde es auch schön, dass du Fotos von Familie unten hängen hast. Ja, unser Foto sieht man ja jetzt nicht. Ich meine das über dir. Ja, aber da sieht man so, ich glaube auch Hand aufs Herz, du hast auch nicht gedacht, dass da so viel Arbeit ist. Nein, ich finde es nicht. Man denkt sich halt, aber wenn man es macht, macht man es richtig. Und dann kommt diese Kleinigkeit dazu und hier nochmal was. Und dann verbessert man hier. Und dann wird man aus geplanten zwei Tagen einfach mal eine Woche. Nicht nur aus geplanten zwei Tagen. Ich habe unter der Woche auch ehrlich gesagt, ich habe gar nichts gemacht. Also ich habe das alles nur am Wochenende gemacht. Da kommt jetzt auf unseren Socials, auf Instagram, auch bald ein Video von dir in Arbeit. Dass du da nicht fragen kannst, dass du da irgendwelche Unternehmen beauftragt hast dafür. Nein, ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe Content produziert. Ich bin der andere Content Creator geworden. Sogar du warst überrascht. Ja, definitiv. Ne, also da können wir auf alle Fälle so ein Posting machen. Das geht sich easy aus. Und ich weiß auch nicht, was ich noch sagen wollte. Erzähl mal von deinem Wochenende, wie es so war bei dir. Oder generell so ein Wochenrückblick. Was ging? Jetzt weiß ich wieder, es ist mir eingefallen. Ne, weil du meintest, man denkt nicht, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Ja, man denkt wirklich nicht, wie viel Arbeit das unterm Strich da wirklich ist. Weil viel dahinter steckt eigentlich nicht. Es ist eine scheiß kleine Holzwand im Endeffekt mit ein paar Akustikpaneelen drauf. Aber dieses Ganze ausmessen und in Waage bringen und da herumscheißen. Alleine das Kabel runterzuziehen, ich glaube, hat über zwei Stunden gedauert. Weil das einfach so verwinkelt durch die Decke gezogen worden ist, dass du da nicht durchgekommen bist. Also ich bin mir dann auch extra so eine Kabelfeder kaufen gegangen. Mein erster Plan war so, Trick 17 vom Balkan. Ich habe das LAN-Kabel genommen, am SAT-Kabel festgebunden mit Isolierband und habe das einfach von unten durchgezogen. Klassiker. Aber es ist unterwegs leider abgerissen. Also es hat nicht kalten. Und dementsprechend bin ich mir dann eine Kabelfeder besorgen gegangen. Also es ist nicht auch vom Arbeitstechnischen, auch vom Kostentechnischen. Hätte ich davor eine Kalkulation gemacht, die wäre komplett für den Arsch gewesen. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir gedacht so, hey, ich ziehe so eine Wand wie du, halt nicht komplett über die ganze Länge, sondern einfach so quasi so ein bisschen ins L und hänge mir dann so Akustikpaneele drauf, die jetzt halt total modern sind. Die seht ihr jetzt nicht, weil im kleinen Stream hier, keine Ahnung wieso, wird das einfach weggeschnitten. Ich bin eh noch nicht mit unserer Kameraführung zufrieden, muss ich dir ehrlich sagen. Da müssen wir uns was überlegen. Absolut, ja. Wie gesagt, in naher Zukunft wird der Podcast wachsen und gedeihen. Aber wie du sagst, dann bestellst du dir zwei Akustikpaneele, berechnest sie, sagst, im Internet steht, die sind, weiß ich nicht, 2,50 Meter mal 60 Zentimeter. Deine Wand ist jetzt einfach mal, sagst du eben, 120 Zentimeter breit. Bestellst zwei Akustikpaneele, denkst dir, geil, das passt. Nee, diese Akustikpaneele haben dann einfach mal 50 Zentimeter. Das heißt, du hast 20 Zentimeter Wand, wo kein Akustikpanel ist. Jetzt musst du dir für 20 Zentimeter ein ganzes Extra-Panel bestellen um knapp 200 Euro. Und das musst du dann zurechtschneiden schön. Das muss ja auch was gleichschauen. Jetzt habe ich von dem ganzen Paneel einfach den ganzen Rest über und weiß nicht, wo ich den hinhängen soll. In Schlafzimmer. Ja, keine Ahnung. Es ist halt so ein Paneel, so einzeln, irgendwie sieht dann auch verloren aus. Nee, absolut, ja. Es ist also kostentechnisch wirklich, puh. Aber es ist uns wert. Nee, absolut, absolut. Es sieht ja auch was gleich. Aber, wie gesagt, wenn man dann denkt und hier noch das berücksichtigen und dort das berücksichtigen und dann, nur damit ich dieses scheiß Internet unten habe im Endeffekt, nochmal eine Krimzange zu kaufen, die ich nie mehr brauche. Also ich brauche die nie mehr, glaube ich. Wahrscheinlich brauche ich sie nie mehr. Aber ich habe sie mir kaufen müssen. Das sind halt auch mal 20 Euro oder so, keine Ahnung. 40. Ja, das ist die gute. Das ist das ganze Krimz-Set, ja genau. Das ist bodenlos, wirklich. Ja. Aber back to DJ Talk. Wie geht es dir? Wie ging die Woche? Erzähl mal. Ja, ich habe genug gefaselt für den Anfang. Erzähl du was. Du findest. Ja, du, Classic. Am Freitag hatte ich eine Radioshow in der Früh. Und da habe ich wieder gemerkt, so ein Radio ist eigentlich ein stinknormales Unternehmen. Das ist so. Wir haben eben diese DJ-Show. Die wird von 7 bis 9 Uhr live gemixt aus dem Studio. Wird dann österreichweit übertragen. Mal in dem Fall Radio Energy. Also Shoutout auch nochmal hier hin. Und ich mache es dann immer ganz gerne so nach dem Set. Ich bin, ich verstehe mich sehr gut mit dem Redaktionschef, also mit dem Programmchef und mit den Moderatoren und so. Und dann plaudert man halt natürlich danach. Dann bin ich ins Büro vom Radiochef hingegangen, hineinspaziert, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Weiß nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten, 30 Minuten über Gott und die Welt, was so in der Politik abgeht und solche Themen. Und gefühlt alle 10 Minuten kommt dann halt irgendein Moderator rein oder ein Mitarbeiter. Hey, ich brauche das. Hey, kann ich da mal bitte heute früh nach Hause gehen? Hey, können wir das gemeinsam machen? Hey, wie müssen wir das machen? Welche Entscheidung hier? Was für Radionummern hier? Dann haben die so eine, weiß ich nicht, so einen Cash-Song heißt das. Das heißt, wenn dieses Lied im Radio rennt, wird, ich glaube, 100 Euro ausgezahlt, wenn der erste... Ja, kenne ich. Und dann auch eben, welche Nummer spielen wir jetzt? Welche Nummer ist morgen? Welche Nummer ist übermorgen? Und dann denke ich mir eigentlich, hey, der Typ ist zwar Radiochef, aber es ist ein stinknormales Unternehmen. Dann haben wir drüber so ein bisschen geplaudert und er sagt, ja, natürlich. Also zu mir kommen die Mitarbeiter, wenn sie happy sind und wenn sie nicht happy sind. Und das heißt, du musst Probleme beheben, du musst schauen, wie man es besser machen kann, wie viel zwischenmenschlich ist. Das Radio an sich, das läuft eh von selbst, meinte der. Aber das Programm ist ja definiert. Natürlich. Aber halt eben so dieses... Dann sitzt man da und das merkt man halt eigentlich gar nicht. Das hat mich so ein bisschen überrascht wieder. Aber ja, wie gesagt, dann bin ich nach Hause gefahren, habe hier unten ein bisschen was weitergearbeitet und gestern, also wir recorden jetzt am Sonntag für euch eben gestern, war ich auflegen im Klub. Und da war aber auch gleichzeitig das große spanische El Clasico. Das Duell der Duelle. Ich habe die Story anders gefeiert. Real Madrid gegen Barcelona. Und ich als absoluter Real Madrid-Fan habe mir das ja natürlich nicht nehmen lassen dürfen. Und hatte mein iPad mit. Und habe dann am Tablet hier nebenbei im Klub, neben dem DJ-Pult, habe ich halt das Match laufen lassen. Das war ja jetzt eh noch nicht so viel los. Das war ja gerade, Matchbeginn war um 21 Uhr. Das heißt, um 23 Uhr ist das Spiel zu Ende. Und dann kannst du perfekt anfangen mit dem Klub quasi. Perfektes Warm-Up. Und ich war halt so total fokussiert auf dieses Tablet und halt so nebenbei immer ein bisschen gespielt. Dann lief eh Mix-CD und so ein Zeug. Und dann kommt irgendwann der LJ zu mir und sagt, was wollen die alle von dir? Und ich drehe mich um, stehen da auf einmal sechs Jungs. Und ich sage, ja, kann ich euch helfen? Was braucht ihr? Und die schauen, nee, 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 nee. Und zeigen sie aufs iPad. Da dachte ich mir, ah, da geht die Richtung hin. Habe das iPad genommen, habe das dann so platziert, dass wir alle gemeinsam geschauen konnten. Und ich war, glaube ich, in dieser Gruppe der einzige Madrid-Fan. Und entsprechend lustig gemacht haben sie sich dann die ganze Nacht über mich, als Madrid 4-0 von Barcelona auf den Sack bekommen hat. Aber war sehr, sehr witzig. Ich habe auch sehr viele Reaktionen auf die Story bekommen, muss ich sagen. Vielleicht, ich habe die anders gefühlt. Aber ich auch. Wie gesagt, du drehst dich um, auf einmal stehen da ziemlich viele Jungs und die schauen einfach und denkst dir, hey, was wollen die von mir? Aber dann, das waren nur noch so ein paar Junge, so, weiß ich nicht, 16, 17, die haben das dann auch lustig gefunden. Da hast du nur so gesehen, wie sie so heimlich das Handy geholt haben und dann so ein Foto gemacht haben, weil sie das halt nicht glauben konnten, da mit dem DJ Fußball zu schauen. Ich habe kurz überlegt, den LJ zu fragen, ob wir das Tablet an die LED-Wall hinten anschließen können. Aber das wäre dann rechtlich so, mit diesem Bildrecht. Ja, genau, es gibt so ein bisschen Grauzone. Aber ihr seht, zweite Videopodcast-Folge, Folge 41. Und um das ein bisschen auszuklären von vorhin, weil du gemeint hast, Timo, der heißt Tobias, der liebe, hat sich beschwert, dass du seit Folge 14, glaube ich, oder so einfach keine Anmoderationen mehr gemacht hast. Naja, das finde ich halt wild, was euch so auffällt. Mir wäre das nie aufgefallen. Nee, also, sei so. War jetzt noch nie irgendwie so ein Prio-Ding für mich, sage ich mal so. Aber wir hatten ja auch jetzt mit Spotify letzte Woche ziemliche Troubles, muss man ehrlich sagen. Absolut, also es war bodenlos, wirklich bodenlos. Ich glaube, viele haben das auch Gott sei Dank nicht mitbekommen. Kurzzeitig, ich glaube, über zwei Tage oder so, oder einen Tag, waren einmal die letzten fünf Folgen weg. Die waren weder auf Spotify online, noch auf iTunes, noch sonst wo. Dann habe ich natürlich jetzt diesen, den Spotify-Kundensupport angeschrieben. Und ich sage euch, wie es ist, das ist bodenlos. Ich habe noch nie sowas Schlimmes erlebt. Also, du chattest am Anfang mit einem Bot. Dieser Bot wird per KI gesteuert. So weit, so gut. Der Bot fragt dich, wie kann ich dir helfen? Du, als normaler Mensch, überlegst dir, wie kann ich das einer Maschine easy erklären? Ich schreibe es ganz simpel. Podcast-Folgen sind weg. Wie kommen die zurück? So auf die Art. Dann kommt zurück. Sie wollen Podcast-Folgen hochladen. Dann drücken Sie hier, hier und hier. Fertig. Hat Ihnen dieser Chat geholfen? Ja, nein. Aber da schließt halt auch dieses Chat-Fenster. Das heißt, du kannst da nichts machen. Ich drücke auf nein. Dann öffnet sich wieder ein Chat-Fenster. Wie kann ich Ihnen helfen? Und dann habe ich halt irgendwann geschrieben, bitte verbinden Sie mich mit echter Person. Rufzeichen. Und dann ist halt auch wieder, kann ich Ihnen mit diesen, diesen Themen helfen? Und dann kommen halt so 20 Themenvorschläge, wo du dich mal durchscrollen musst. Und ganz unten versteckt war halt irgendwo mit echter Person oder mit echten Chat-Assistenten reden. Ja, ja, ja. Das habe ich dann angeht. Mit Agent verbinden. Genau. Dann kommt auch von so einer KI, wollen Sie deutschsprachigen Support oder englischsprachigen Support? Dann habe ich geschrieben, Deutsch. Ist ja einfacher. Dann kommt von der KI, deutschsprachiger Support ist aktuell nicht verfügbar. Wollen Sie englischsprachigen Support? Dann dachte ich mir, ach, was soll's? Ja, ich nehme den englischsprachigen Support. Dann dauert das so drei, vier Minuten, bis du verbunden wirst. Also ich habe in der Zeit schon, ungelogen, sicher 10, 15 Minuten mit diesem scheiß Bot hin und her geschrieben, dass da endlich da was weitergeht und mich verbindet. Also das war wirklich ein Kampf. Und dann kommt eben deutschsprachiger Chat, ist nicht verfügbar aktuell, Verzeihung, wollen Sie englischsprachigen? Ich sage, ja, ich will einen englischsprachigen, verbindet mich mit einem Agent, spricht auf einmal Deutsch. Ich habe vorab, also ich sage, wie es ist, diese Verbindung dauert ja. Und während dieser Verbindung war, habe ich halt schon so einen Aufsatz geschrieben auf Englisch, was los ist, wo die Folgen sind und so ein Zeug. Schickt das ab, kommt wirklich auf Deutsch, hallo, ich bin der und der, wie kann ich Ihnen helfen? Denke ich mir, wir wollen mich jetzt verarschen. Das gibt es ja nicht. Dann habe ich halt herumgeschrieben und herumgeschrieben und das musst du dann diesen Leuten halt mal auch wieder erklären. Was passiert dann? Die Spotify-Seite stürzt ab. Refresht. Was passiert beim Refresh? Der Chat wird geschlossen, du musst dich nochmal verbinden. Dann hat er mich nochmal, selbes Schema, hat er mich nochmal mit einem Ding verbunden, mit so einem echten Assistenten, mit so einem Agenten und ich dachte mir, egal, bleib cool. Der Typ an der anderen Seite, an der anderen Leitung kann nichts dafür, erkläre es ihm nochmal schön. Ich erkläre ihm das, kommt als Lösungsvorschlag. Sie können Ihren aktuellen Podcast-Account, können Sie ja löschen, dann können Sie einen neuen erstellen und die Folgen wieder hochladen. Nee, ich lade jetzt sicher keine 41 Folgen mit heute wieder neu hoch. Was geht mit euch? Oh nee, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann haben wir da irgendwie herumtricksen müssen. Irgendwie haben wir es dann geschafft, dass die Folgen wieder zurück sind. Frag mich nicht, wie. Frag mich nicht, warum. Es war auf jeden Fall wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Also mir hat das wehgetan schon seelisch. Ich habe dir ja dann geschrieben, du hast dann auch geschrieben, irgendwie der Fuck ist da mit Spotify gerade los, was soll das? Ja, voll. Aber, ja, das war... Vor allem, weil auch die erste Video-Folge, die haben wir ja hochgeladen und die hat ja funktioniert, weil ich habe ja reingehört und die war dann auch auf einmal weg. So out of nowhere. Die war dann nicht weg, die war dann auf einmal wieder als Audio hochgeladen. Ja, safe, meine ich, ja, quasi das Video war dann. Ja. Also das Maximum ist bodenlos. Jetzt rennt es aber wohl wieder, jetzt passt es. Gott sei Dank. Mal schauen, wie lange, wie viele Folgen dann noch da sind, aber jetzt sind alle da, wie gesagt. Auch die alten Folgen sind zurück. Was ich aber interessant gefunden habe, die alten Folgen wurden abgespielt während der Zeit, wo sie weg waren. Das heißt, ich kann mir nur vorstellen, dass die Leute, die die Folge zum Beispiel begonnen haben... Dass sie noch fertig hören haben können. Richtig, dass die einfach nur ausgeblendet worden sind. Also quasi auf privat gestellt, aber ja, keine Ahnung. War mir dann egal. Ich habe mir dann einfach gedacht, hey, jetzt sind sie da. Ich werde es sicher nicht mehr mit dem Chatbot herumschreiben oder mit einem Agenten. Aber es ist bodenlos. Du bist zumindest zu einem Agent gekommen, aber ich hatte so ein ähnliches Erlebnis gerade. Ich habe eine Messe in Amerika organisiert und da war auch bezüglich Anlieferung, habe ich halt ein bisschen Schwierigkeiten gehabt für unsere Ware und habe da halt auf diesen Chatbot geklickt, weil ich nicht per E-Mail schreiben wollte. Und anrufen war jetzt auch, muss ich jetzt nicht sofort. Und habe da diesen Chatbot angeklickt und schreibe in meinem Problem, was ich habe. Hast du das auf Englisch oder Deutsch geschrieben? Nee, natürlich auf Englisch. Du kannst denen auf Deutsch schreiben. Das ist ja richtig geil. Das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Das ist der Vorteil an KI. Wenn sie auf Englisch antworten, kannst du einfach schreiben, übersetz mir auf Deutsch. Und du kannst dir jede Anfrage auf Deutsch schreiben mit guten KIs. Also die meisten Chatbots mittlerweile können jede Sprache. Das macht sie nur einfach. Mein Ziel war aber auch, zu einem Agent zu kommen, dass ich da mit jemandem vor Ort direkt kommunizieren kann. Keine Chance, das hat nicht funktioniert. Ich habe da eine halbe Stunde herumgeschissen im Endeffekt und habe keine Chance gehabt, da irgendwie dorthin zu kommen. Also ich habe da tausendmal geschrieben, ja, verbinde mich mit einem Agent und das und das ist mein Problem. Da ist immer die definierte Antwort kommen und kann ich sonst noch irgendwie helfen? Du klickst auf Ja und dann fängt das ganze Spiel wieder von neu an. Richtig. Und dann habe ich mir diese scheiß Telefonnummer hergenommen und habe halt angerufen. Und dann habe ich mit denen dort vor Ort halt hier rumdiskutiert. Und ja, aber bodenlos. Also Gott sei Dank gibt es KI. Ich bin sehr froh, dass es sie gibt. Ich nutze sie auch immer öfters. Aber genauso wie es ein Segen ist, ist es auch ein Fluch. Also gerade wenn du irgendwie was brauchst und so weiter, ist das maximal bodenlos. Stimmt. Aber hey, ich war Kameramann am Wochenende. Ich habe es gesehen, ja. Du hast ihn aufgelegt. Unter anderem. Unter anderem. Also ich war am Freitag bei uns im Club in der Nähe und wir hatten halt einen Act vor Ort. Und ja, daweil dieser Act halt… Die Geldjungen. Genau. Mit einem Moneyboy. Moneyboy, was in der Haus. Kann der Boy noch was? Ist er noch so schisch? Oder wie sagt der immer? Sorry. Ja, genau. Nee, also er hat den Swag voll aufgedreht. Lassen wir es lieber. Nee, war eh eine coole Show im Endeffekt. Die Leute haben es gefeiert. Die Leute waren voll da. Hatten mega viel Spaß. Ja, und während er seine Show da durchgezogen hat, habe ich halt gesehen, da war halt wieder ein ganzes Mediateam vor Ort und so weiter. Drei, vier Kameras und so. Und ich sehe diesen Insta 360-Grad-Stick im Koffer herumliegen und ich schnappe mir den so und bin halt auf die Bühne und habe halt mitgefilmt. Dann bin ich in die Crowd rein, habe aus der Crowd rausgefilmt und so. Moneyboy hätte mich fast überlaufen, aber… Neuer Karriereinschlag oder wie? Ja, wenn es mit dem Auflegen nichts mehr wird, dann… Dann bist du nicht… Dann bist du nicht Dirty Dan, dann bist du Dirty Cam. Also eine Domain damit würde nicht funktionieren, das wird definitiv als Spam. Ich habe jetzt schon ab und zu Schwierigkeiten, wenn ich eine E-Mail verschicke. Ich sag dir, wie es ist. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin auf TikTok in so einen ganz wilden Algorithmus reingefallen. Aber ich komme da auch nicht mehr raus, weil das so fucking witzig ist teilweise. Es gibt ja Plattformen wie YouTube. Und YouTube hat eine sogenannte Kommentarfunktion. Die könnt ihr auch nutzen aus Spotify. Also kommentiert gerne, was das Zeug hält. Jetzt gibt es aber nicht nur YouTube mit so einer Kommentarfunktion, sondern es gibt auch gewisse FSK-18-Seiten mit Kommentarfunktionen. Weißt du davon? Ich habe mir da zwei Kommentare rausgesucht. Also diese TikTok-Seiten suchen dann, ich habe sie am Tablet, suchen die besten Kommentaren aus solchen Videos und posten, was da für bodenlos lustige Sachen sind. Zum Beispiel, ich verstehe das nicht. Im Hintergrund sehe ich eine PS4 mit God of War. Wie können die da Zeit haben zum Ficken? Oder was ich auch sehr, sehr witzig finde. What Episode? Also ich übersetze auf Deutsch. Welche Episode von American Dad spielst du da im Hintergrund? Sieht nach einer richtig guten Folge aus. Daraufhin kommentiert ein ganz anderer User. Das ist Staffel 7, Episode 5. Lass uns doch Freunde werden. Also ich packe das nicht. Wenn man sich so ein Video anschaut, wieso kommentiert man das dann noch? Ja, die haben halt auch eine Community. Das ist so witzig, dass da teilweise für Sachen stehen, hey, in diesem TikTok. Ich schicke dir da mal ein paar weiter. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich dachte mir, dann heißt es wieder, ich bin der kranke Psycho. Aber nee, das ist einfach witzig. Ich finde auch witzig, oder eher, ich weiß nicht, ob das witzig ist. Aber kennst du das Meme Nicht-so-tief-Rüdiger? Ja. Mit dem Flugzeug? Ja, ja. Ich werde jetzt dein Weltbild zerstören. Bist du bereit? Dieses Video ist fake. Ja. Diese Unterhaltung ist absolut gestaged. Also dieses Nicht-so-tief-Rüdiger, das ist ein Werbeteam gewesen, die für eine Modellbaufirma gewisse Werbespots, Filmspots fürs Fernsehen und so gedreht haben. Und ein paar davon sind halt nie veröffentlicht worden im Fernsehen, sondern eben wurden zu Meme-Legenden, wie eben zum Beispiel Nicht-so-tief-Rüdiger. Aber dieser Rüdiger, der da diese Drohne fliegt oder dieses Modellflugzeug, in echt fliegt der die gar nicht. Und diesen Rüdiger gibt es gar nicht. Das ist einfach eine gestellte Unterhaltung und ein gestelltes Video. Das hat mein Weltbild ein bisschen zerstört. Muss ich ehrlich sagen. Ich war sehr enttäuscht. Aber ist trotzdem lustig. Natürlich. Nicht so lustig ist Lionel Messi's garantiertes jährliches Fußballeinkommen bei Miami. Hast du davon mitbekommen? Nee, wahrscheinlich nicht. Lionel Messi sagt dir was, schätze ich. Ja, ja, gut. Ich wohne jetzt nicht am Mond, also. Es gibt in Amerika, da spielt jetzt eben beim Klub von David Beckham, Miami, eine Gewerkschaft, die sich dafür irgendwie eingesetzt hat, dass die Gagen der Spieler publiziert werden, halt öffentlich gemacht werden. Darunter natürlich auch Topverdiener Lionel Messi. Dieser verdient bei Miami im Jahr ein garantiertes Einkommen von 20.446.667 Dollar. Da ist kein Sponsoring dabei. Da sind keine Adidas-Deals und Co. dabei. Da sind keine Social-Media-Postings dabei. Das ist rein sein Gehalt, was er von der Mannschaft bekommt. Zusätzlich gibt es dann wohl noch irgendwelche Bildrechte, die er vom Fernsehen bekommt, die er sich ausgehandelt hat. Dann gibt es noch gewisse andere Bonuszahlungen bei gewissen Erfolgen, wie, keine Ahnung, diesen und diesen Titel. Ich finde das echt wild. Lionel Messi verdient bei seinem Klub mehr als alle Fußballprofis von 22 der 28. Mannschaften in der Liga zusammen. Im Jahr, Mann. Wie crazy ist das? Das sind knapp 19 Millionen Euro, die der bekommt. Wie viel Geld da drin steckt, das ist unpackbar. 19 Millionen. Und passend dazu, wie wenig Geld eigentlich im Streaming dabei ist. Es gibt einen Künstler, der hat auf TikTok 8 Millionen Streams. Wobei man da ein bisschen ausschweifen muss. Nicht er hat diese 8 Millionen Streams, sondern sein Sound wird halt 8 Millionen Mal bis jetzt genutzt. Da geht es um einen Wiener Elektro-Swingstar, Klaus Waldeck heißt der. Der ging in die Zeitung damit. Und bei TikTok, wenn du ja viele Aufrufe hast, viele Videos hast, viele Likes hast und so, die können monetarisiert werden. Durch Copyright, Urheberrechte und so ein Zeug. Eben auch bei solchen Sounds. Wenn du einen Sound entwickelst, der halt viele User hat, bekommst du Kohle. Was denkst du, verdient der Wiener Klaus Waldeck für seinen Sound, der 8 Millionen Streams hat? Was glaubst du, bekommt er so in den letzten 28 Tagen? Wurde das in den letzten 28 Tagen 8 Millionen Mal gestreamt oder genutzt? Glaube ich nicht, aber generell. Also da geht es jetzt zuerst mal um YouTube. Aber bekommt er für den Sound überhaupt was? Jaja, da geht es jetzt mal um YouTube. Jetzt zum Beispiel auf YouTube. Für 8 Millionen Dings, die als YouTube-Shorts genutzt worden sind, sein Sound, hinter Videos hinterlegt worden sind. Vielleicht 1.000 Euro, 2.000. Schön wäre es. 0,01 Dollar. Also einen Cent bekommt er auf YouTube für 8 Millionen Streams. Auf TikTok wären das um die 10 Euro. Muss man halt sagen, ob das sich dann lohnt, weiß ich nicht. Und Spotify ist es ja genauso. Spotify verdienst du mit einer Million Klicks oder mit einer Million Plays. Hängt natürlich auch davon ab, wo du bist. Ob du jetzt in Amerika bist, ob du in einem kleinen Markt bist. Ja, safe. Wie auch immer. Bekommst du auch, kannst du gerade mal die Produktionskosten von deiner Nummer irgendwie gerade und gerade abdecken, wenn überhaupt. Ja, gerade im Social-Media-Bereich sehe ich das eher mit den Klicks und Aufrufen und so weiter. Als Promo-Ding, dass du bekannt wirst und quasi Kooperationsverträge bekommst im Endeffekt. Definitiv. Wie gesagt, der Typ geht jetzt irgendwie in so einem Wiener Burgtheater auf Tour. Da verkauft er eine Karte. Das Burgtheater ist wohl ausverkauft. Ich kenne den Herrn nicht. Also das ist halt, wie gesagt, Elektrosring. Damit habe ich nichts am Hut. Aber der verkauft halt eine Karte ab 55 Euro. Und da siehst du halt mal, wo dann die Kohle da ist. Ja, safe, wo die Kohle auch herkommt im Endeffekt. Wie viele Streams, jetzt könnte man sich ausrechnen, wenn ihr Lust habt, wie viele Streams der machen müsste, wenn der für 8 Millionen einen Cent bekommt, dass der nur eine einzige Karte im Wert von 55 Euro reinbekommt. Also das ist krank. Ja, aber da macht er wahrscheinlich auf YouTube auch keine Werbung und so weiter, oder? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Sonst geht sich das ja nicht aus im Endeffekt, weil bei 8 Millionen aufrufen, da muss schon eigentlich ein bisschen Geld dahinter sein. Ja, eigentlich schon. Aber ja, wie es aussieht, nicht. Er hat dann eben auch einen Screenshot hochgeladen davon, hat das angezeigt, wie das aussieht. Ja, dachte, das wäre auch ganz interessant, hier mal im Podcast anzureden, dass man mit Streams und Musik eigentlich aktuell gar nichts verdient. Weder durch Spotify noch iTunes. Nein, das ist wie gesagt rein Promozwecke im Endeffekt, um Reichweite zu erzielen, um Reichweite zu bekommen, um dadurch irgendwelche Deals eben an Land zu ziehen oder im Musikbereich halt Gigs und so weiter. Also, weil damit macht man dann unterm Strich das Geld, also kommt natürlich auch immer aufs Label im Hintergrund drauf an und so weiter. Das stimmt, ja. Es gibt jetzt auch, das ist gerade jetzt ein harter Wechsel, in Amerika ist es ja gerade voller Wahlkampf, Präsidentenwahlkampf, Kamala Harris gegen Trump. Hast du mitbekommen von Eminem, der war einer der Stargäste bei Kamala Harris, bei einer Veranstaltung und Eminem hatte selbst einen kleinen Gast dabei, niemand geringeren als Barack Obama und nach Eminem kam halt Barack Obama auf die Bühne und hat begonnen, Lose Yourself zu rappen. Wie cool ist denn das? Aus der anderen Seite hast du Donald Trump, der als Promo einen Tag bei McDonalds arbeitet. Also, da muss ich ehrlich sagen, der Punkt geht definitiv an Eminem und Barack Obama und an Kamala Harris dahinter. Das ist lustig. Das ist lustig. Wir kennen ja den einen oder anderen Künstler und Star und bekannte Personen und haben schon oft mit solchen Leuten zu tun gehabt. Und was sind denn so die absurdesten Star-Allüren, die du so mitbekommen hast, die dir spontan einfallen? In welchem Zusammenhang jetzt? Es gibt ja jeden Künstler, der irgendwie gewisse Sachen haben will. Weiß ich nicht, 17 Flaschen Wodka oder keine Ahnung. Ja, warte, da fällt mir sogar abgehobene Star-Allüren. Nichts Normales, wo man sagt, hey, der braucht das und das kann man begründen. Wir hatten einen Act vor ein paar Jahren gebucht. Also, wir. Ein Club, wo ich gespielt habe. Und der wollte auf seinem Hotelzimmer, wie hieß das noch schnell? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Das war irgendein ganz, ganz bestimmtes Joghurt. Das gibt es bei uns, glaube ich, gar nicht wirklich zu kaufen. Aber das musste auf seinem Zimmer sein, weil er gerade eine strenge Diät durchzieht im Endeffekt. Und er braucht dieses Joghurt mit, Mann, irgendein spezielles Müsli, keine Ahnung, irgendwas in diese Richtung. Das musste am Zimmer sein. Also sowas fällt mir zum Beispiel ein. Ich glaube, das ist der Künstler, mit dem du nicht im Auto reden darfst. Ehemaliger Hardstyle-Sensation. Ja, safe. Ja, da gibt es ja Storys, wo DJs oder halt einen Shuttle, den abgeholt haben und irgendwie von Wien nach Salzburg zum Beispiel, da drei Stunden im Auto sitzen und irgendwie so nach einer Stunde Stille im Auto, ist es ja auch unangenehm. Und irgendwie willst du ja beginnen, ein Gespräch, Smalltalk. Und wie war dein Flug? Und dann grätscht halt einfach der Manager da hinten dazwischen und sagt einfach, No, no, du sprichst mit mir, nicht mit ihm. Ihn hast du nicht anzureden, also den DJ in dem Fall. Ich finde das immer so schade, weil da gibt es andere Ecs, die sind genauso weltweit auf den größten Bühnen, mit denen kannst du dich ganz, ganz entspannt unterhalten und redest mit ihm, hey, wie fühlt sich das an am Tomorrowland zum Stehen und zum Spielen? Und dann erklärt er dir, ja, ne, Unterschiede. Ja, aber auf der anderen Seite, was glaubst du, wie oft er diese Frage bekommt? Ist halt das, was ich dann in der Situation denke. Und sicher bekommt er die Frage tausendmal gestellt, aber ich finde es trotzdem cool, dass er trotzdem normal mit dir redet, weißt du, und nicht sagt irgendwie so abgehoben, nee, interessiert mich jetzt nicht, sondern er unterhält sich ganz, ganz normal mit dir. Und auch sein Tourmanager, mega cool. Und auch bei den Fotos und so weiter, alles easy, alles cool. Und ich finde es dann immer schade, wenn dann andere Ecs da sind, die, ja, weiß nicht, die kommen kurz vor Showbeginn, kommen eh schon zu spät. Wollen vier Flaschen Getränke da, die großen? Ja, sieben Bote am besten und davon trinken sie nicht mal eine Flasche. Den teuersten Champagner? Den teuersten Champagner natürlich, aber was ich sagen wollte, ist, dann kommen sie erstens nicht zu vereinbarten Set-Time, was ja für uns im Warm-Up natürlich immer eine Herausforderung ist, weil du arbeitest ja auf diese Uhrzeit hin. Wenn du jetzt die Info hast, der kommt um 0.30 Uhr, dann arbeitest du auf diese 0.30 Uhr hin im Endeffekt. Und dann kommt er nicht um 0.30 Uhr, sondern um 1. Das ist halt komplett für Norsch. Klingt jetzt wirklich banal für Normalo, aber als DJ, als Resident ist das so eine kleine mittlere Katastrophe. Naja, weil du die Leute auch wieder runterholst zu 0.30 Uhr jetzt. Damit er dann quasi voll reinpushen kann und die Leute nicht kaputt sind im Endeffekt. So ist es. Und du musst jetzt aber, wenn du dann von 0, du hast jetzt bis 0.30 Uhr so die letzte halbe Stunde, 40 Minuten von mir aus, so stetig die Leute runtergeholt, dann bist du bei 0.30 Uhr eigentlich unten und dann kommt der einfach nicht und dann musst du auch irgendwie wieder, die Leute schlafen sonst ein oder gehen raus im schlimmsten Fall und du hast eine leere Tanzfläche, das darfst du nicht zulassen im Endeffekt. Und dann musst du erst wieder anfangen pushen, aber auch nicht zu viel pushen, sondern so dieses Gefühl zu finden, wie, in welche Richtung das gehen soll. Und das ist dann halt immer so eine Challenge, vor allem wenn er nicht sagen kann, hey, nein, er kommt 15 Minuten später, sondern ja, wenn er da ist, ist er da so auf die Ort. Das hilft mir halt persönlich nicht viel. Wenn ich weiß, okay, um 0.20, 0.25, 0.30, es ist wurscht, der kommt um 1, dann kenne ich mich aus und sage, okay, cool, der kommt um 1, alles easy. Vorab halt in mir einfach. Genau, und so ist das halt eine Katastrophe, wenn du nicht weißt, wenn er kommt und dann auf einmal steht er da und hey, ich bin jetzt da, was ist? Richtig, das ist auch geil, wenn dann eben ausgemacht ist, weiß ich nicht, 1 Uhr und der steht schon um halb 1 da und sagt, ach, ich fange jetzt schon an. Nee, das meine ich gar nicht, das meine ich gar nicht, sondern so, du hast nicht mal die Info, hey, der kommt jetzt, der fangt jetzt in 10 Minuten an oder so, sondern der steht auf einmal da und will jetzt anfangen, in der Sekunde. So, du hast nichts, du nicht ankündigen, gar nichts. Stehst einfach drunter. Und dann nach seinem Set ist er nach, so wie die letzten Wörter quasi rauskommen, danke, tschüss, baba, ist er weg. Ja. Also wenn er nie da war. Ja, voll. Und was immer schlimmer wird, ich weiß nicht, ob du das auch so mitbekommst oder nicht, aber es ist mir jetzt schon mehrmals aufgefallen, mit dem Moment, es war früher auch schon so, aber nicht so brutal und nicht so extrem, aber mit dem Moment, wo der Künstler weg ist, sind doch die Leute komplett weg inzwischen. Dann wird es auch als DJ dann schwer. Also da musst du ein richtig, richtig guter DJ sein, wenn du so einen großen Künstler hast, dann nachzuspielen. Weil, wie du sagst, die ganzen Leute, die da weggehen, die gehen meistens wirklich nur wegen dem Künstler hin. Und wenn du dann nicht performst, dann sagt er, okay, juckt mich eh nicht, ich bin jetzt weg. Ja, ja, aber du hattest früher, also früher, klingt jetzt wieder, also jetzt redet man wieder in der Vergangenheit, aber es war halt, wie soll ich sagen, du hattest früher noch deine paar Nummern Zeit, um die Leute noch mal einzufangen im Endeffekt, hast du heute nicht mehr. Die sind mit seinem Danke, Tschüss, sind die auch weg, die drehen sich um und gehen. So sind sie wenigstens noch ein bisschen geblieben oder sind kurz eine Rauchen gegangen oder irgendwas in die Richtung und sind dann wieder reingekommen und so. Dass nach dem Act weniger los ist als davor, ist klar, weil viele kommen eben, so wie gesagt, nur wegen dem Act. Aber dass die Leute sich stur umdrehen und gehen, als wenn es eine Kinovorstellung gewesen ist oder Sonstiges. Ja, stimmt. Das ist jetzt in letzter Zeit, habe ich das beobachtet, wird das immer mehr und immer schlimmer. Also, jetzt wo du es sagst, gibt es auch einen Klub von mir, der, ich glaube, Farid Ben gebucht hat und noch, wie er gesagt hat, er hat seine letzte Nummer angekündigt als letzte Nummer. Ja, das ist jetzt meine letzte Nummer und du hast schon gesehen, dass während der Nummer die Leute einfach gegangen sind. Ja, stimmt, stimmt. Finde ich nicht cool. Finde ich immer schlimmer im Endeffekt, weil... Wie war es gestern bei Moneyball? Genau gleich. Die letzte Nummer ist gedroppt worden und die Leute haben sich umgedreht, sind gegangen. Aber glaubst du, liegt das daran, dass so dieses Moneyball-Publikum einfach keine Club-Geher sind? Ich weiß es nicht, weil die haben davor schon gefeiert und die Stimmung war schon da, muss ich sagen. Ja, aber ich denke mir, wenn ich jetzt so ein bisschen underground-lastig denke, so dieses Disco-Haus, was jetzt gerade extrem zurückkommt und gerade richtig abgeht, den Leuten ist das, egal wäre das falsche Wort, aber wenn der Vibe da ist, dann bleiben die. Ja, kann schon sein. Ich glaube, das ist wirklich gerade so extrem spezifisch. Wenn du da jetzt eben sagst, jemand, der wirklich für die Musik weggeht, für dieses Underground-Ukommerzielle, der gibt dir halt viel mehr Props dafür, der akzeptiert das ganz anders als jemand, der sagt, ich schaue mir jetzt Moneyball an, weil ich die Nummern lustig finde, weil ich den Typ lustig finde, aber hey, eigentlich juckt mich die Disco gar nicht, eigentlich bin ich eh viel lieber zu Hause oder Moneyball ist jetzt einfach ein Beispiel, kann x-beliebige Künstler auch sein. Völlig egal, ja. Kann schon sein, dass es künstlerbezogen beziehungsweise auch vielleicht genrebezogen ist, ja. Ich glaube halt, dass sich bei uns der Mainstream in letzter Zeit extrem hart mit diesem Underground vermischt hat, mit diesem Underground-Sound, wo es halt leider, oder was heißt leider eigentlich eh clever, ganz viele Underground-Künstler gibt, die merken, sie rutschen gerade so in den Mainstream hinein und wollen das so gut wie möglich monetarisieren. Und genau da beginnt dann eben diese Spaltung, bleibst du deinem Genre treu, bleibst du cool auf deiner Musik oder willst du jetzt versuchen, das meiste Geld herauszuholen mit den meisten Shows, mit der meisten Musik und wirst du halt einfach so ein 0815-Künstler, kann man sie ja nicht nennen, aber halt so ein Künstler, der gebucht wird für seine 60, 90 Minuten, spielt sein Set und fährt nach Hause, fertig. Wenn ich mir dann eben so Underground-Acts anschaue und Gigs, hey, die gehen nach dem DJ, Finch asozial, also Finch, asozial darf man ja nicht mehr sagen, aber Finch zum Beispiel, wenn der eine Festivalshow hat, der spielt die Festivalshow und bleibt am Festival und ist auf anderen Bühnen unterwegs, mit den Leuten unten feiern. Und dem juckt das nicht, der will sich die Musik anschauen, der will sich die Künstler geben, spielt vielleicht einen Tag davor die Mainstage, verkauft die komplett aus, geht total am Eskalieren und sitzt eine Stunde später bei der kleinsten Bühne, weil ihn dieser Künstler gerade interessiert und mit dem feiert er. Und ich kenne keinen Mainstream-DJ, der das macht. Ich kenne keinen David Guetta, der sich dann nach dem Set irgendwo runterstellt. Salvatore Ganacci fällt mir jetzt ein, der beim Tomorrowland zum Beispiel, ich glaube, das war es Tomorrowland, wo er am Beginn des Sets versteckt in der Crowd war und sich dann so hochgegangen ist. Und der ist ja auch immer wieder runtergegangen mit den Leuten. Das war cool. Aber ansonsten fällt mir da jetzt eben, wie gesagt, nicht wirklich jemand ein, der sich dann wirklich richtig Zeit nimmt für seine Fans und für die Leute. Und damit meine ich halt wirklich mit Herz dabei ist und nicht einfach, ich bin der Künstler, ich muss die Fotos machen, weil das wird von mir erwartet. Weil das merkt man bei vielen. Die stellen sich hin, machen die Fotos. That's it. That's it. Auf der anderen Seite ist das auch, das ist halt eben dieses zweischneidige Schwert. Was für ein Typ Mensch bist du? Weil es ist ja auch nichts verwerflich. Es ist ja nichts verwerflich dran. Du machst deine Fotos, du hast deinen Job getan, dafür wurdest du bezahlt und jetzt fährst du nach Hause oder wie auch immer. Ja, absolut. Ne, und das merkt man aber auch trotzdem irgendwie, dass das auch immer weniger wird, auch das mit den Fotos und so weiter. Es wird immer weniger, weil ich habe das jetzt die letzten paar Acts beobachtet, die sind einfach quasi bei der Tür raus und waren weg. Früher war das nicht so. Die sind immer geblieben, auch für Fotos. Und wenn es keine Fotos, also wenn sie gesagt haben, sie machen keine Fotos, dann war das auch okay, aber sie waren nicht gleich weg. Sie sind trotzdem noch geblieben unterm Strich. Also außer es war jetzt irgendwie was mit Flug erreichen oder irgendwas in die Richtung. Ja, da kannst du eh nichts machen, wenn das gebunden ist an die Zeit. Aber wenn die Zeit hatten und nicht irgendwie, wenn wir gewusst haben, okay, es ist ein Hotel da gebucht jetzt für den Act, dann sind die oft noch geblieben. Und dann war der Bereich, der war einfach abgesperrt im Endeffekt. Es kommt niemand her. Und die sind im abgesperrten Bereich noch gewesen, haben noch ein bisschen Party gemacht. Man hat sich auch mit denen ein bisschen unterhalten können. Oder sind wieder Backstage zurückgegangen und haben Backstage noch gechillt im Endeffekt. Und das finde ich, also es wird immer, immer weniger. Also die meisten Acts, die ich jetzt so beobachtet habe, die sind danach. Liegt es, glaubst du, daran, dass einfach keiner mehr Bock auf Discos hat? Es gibt ganz viele Acts, die einfach sagen, nö, wir spielen keine Clubshows mehr. Wieso sollen wir uns die Hände in die Fresse halten lassen von den Gästen? Wieso sollen wir eh brutal schwere Clubshows spielen? Da werden Gagen verlangt, die sind einfach jenseitig von gut und böse. Ich kenne Künstler, die verlangen für Clubshows 150.000 Dollar oder Euro und spielen aber am Festival für 20.000. Wo ist da eine Relation? Ja, einfach, damit sie nicht gebucht werden, weil sie mit dem Festival ja eh genug verdienen. Und wenn jemand so doof ist im Endeffekt und das Geld zahlt für die Clubshow. Also doof ist jetzt nicht so im Negativen gemeint. Ja, aber investier mal. Ganz ehrlich, bevor ich um 150.000 ein Künstler buche, baue ich mir den Club aber sowas von schick um? Sowieso, sowieso. Aber eben, und deswegen werden die Gagen dann wahrscheinlich auch einfach so hochgezüchtet, so unrealistisch hochgemacht im Endeffekt, weil die einfach das nicht nötig haben oder keinen Bock drauf haben oder sonst irgendwas. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es daran auch liegt. Was ich auch ein bisschen schade finde, man hört jetzt so auch aus Insider-Kreisen, so gut gebuchte 2000er-Acts vom Frühjahr, die damals die Größen der Größten waren weltweit. Die wollen mittlerweile Clubshows spielen oder generell nur noch Festivals spielen, aber ohne Relation und ohne Referenz auf ihre 2000er-Zeiten. Die wollen das gar nicht. Die wollen keine 2000er-Party mehr spielen, die wollen keine Oldschool-Partys mehr spielen, weil sie wollen weg von diesem Image. Hey, ihr seid die Künstler von damals. Ihr wart's oder deine Nummer damals war jetzt, keine Ahnung, ich werfe jetzt einfach einen Namen in den Raum. Welcome to the Club von Manion fällt mir zum Beispiel ein. Manion spielt eh gar nicht mehr, deswegen kann ich den jetzt herholen. Der könnte jetzt sagen, hey, ich war damals in den 2000ern quasi einer der Top-DJs der Welt und ich war einer der Top-Produzenten der Welt. Ich will das jetzt nicht mehr, dass man mich mit den 2000ern verbindet. Wie findest du sowas? Findest du das schade oder findest du das irgendwo verständlich, wenn du sagst, du willst ein neues Branding? Ich find's natürlich schade. Ich lasse jetzt auch wieder ein bisschen so Fanboy-Sachen raus, aber für mich war oder ist teilweise nach wie vor Hardwell ein richtig großes Idol, einfach weil ich mir so seine Geschichte ein bisschen mitverfolgt habe. Ich hab den da voll gefühlt und gefeiert. Da unterbreche ich dich kurz, weil du sagst Hardwell, das ist nämlich ein gutes Beispiel. Es gibt die Chainsmokers. Die Chainsmokers wollen, wenn du die buchst, unter keinen Umständen, dass du eine Referenz von Selfie von dieser Nummer machst, dass du, was haben die noch, Selfie gabst und irgendwelche alten Nummern noch von früher. Das wollen die nicht. Die spielen diese Nummer auch nicht in ihren Sets. Das heißt, sie sagen explizit, nicht mit dieser Nummer werben, nicht mit diesen Nummern werben. Wir wollen das nicht. Wir sind nicht diese Selfie-DJs, unter Anführungszeichen. Und genau das meine ich damit. Diese Nummer hat dir doch den Weg in diese große Bühne geschickt. Die Nummer hat dir das eröffnet. Wie kann man dann sagen, nö, ich hasse diese Nummer. Ich will das nicht spielen. Vielleicht hast du als Künstler die, aber ich finde, du hast als Künstler eine gewisse Aufgabe deinen Fans unten. Da gab es ein Interview mit Bon Jovi, der meinte, er kann die Nummern Living on a Prayer und It's My Life nicht mehr hören. Aber er spielt sie aus Liebe zu den Fans. Weil die sie lieben, ja. Richtig. Und wenn jetzt ein Bon Jovi-Konzert ist, wo das nicht spielt, ja dann weißt du was los ist. Das ist die erste Kritik. Dann weißt du was los ist im Internet. Genau. Aber auf der anderen Seite Chainsmokers zum Beispiel, habe ich nie irgendwie einen Kommentar gelesen, ich finde es schade, dass ihr nicht Selfie spielt. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, das ist halt das Gleiche wie bei Hardware, sage ich mal. Einer der größten EDM-Produzenten im Endeffekt. Ich habe seine Nummern geliebt wie alles andere. Und auch den Style mega cool gefunden. Also wirklich. Und auch den Weg halt natürlich. Und dann irgendwann kam so das aus. Dann war er weg. Er hat sich eine Auszeit genommen, war weg und ist jetzt mit Techno im Endeffekt zurückgekommen. Hat natürlich seine alten Nummern Apollo und Schieß mich tot mit drinnen. Aber es ist halt irgendwie, auch wenn ein Mix oder die Version cool ist, die er daraus gemacht hat, es ist nicht mehr diese epische Nummer, die du halt gekannt hast von früher. und auch seine ganzen Sets im Endeffekt. Er hatte jetzt am Tomorrowland zwei Sets und eins davon war so ein Throwback-Set. Und ich sagte, ich habe es gefühlt. Ich habe mir das Throwback-Set reingezogen und ich war wieder zurück so acht, neun, zehn Jahre hinten. Weil das einfach genau das von früher gewesen ist im Endeffekt, womit er auf den größten Bühnen weltweit gestanden ist und nicht diese Techno-Nummern, die momentan eh schon brutal im Hype sind einfach oder mittlerweile nicht mehr so im Hype vielleicht, aber inzwischen wieder... Es ist ja wirklich wurscht. Ich verstehe mittlerweile jeden Gast, der sagt, es ist ja scheißegal, welcher DJ irgendwo auflegt, du hörst immer das gleiche Prinzip. Es wird sich immer der aktuelle Hype genommen und auf diesen Hype wird dann das ganze Set, das ganze DJ-Set meistens aufgebaut. Es gibt nur ganz wenige, die sich da abheben und sagen, nö, wir bleiben unserem Stil treu. Ich finde auch für Headhunters zum Beispiel, weil dieser Rückgang von, also dieser Rückgang, dieser Wechsel von Haus auf EDM, keine Frage, die EDM-Nummer, die er da gebracht hat, die waren eine 10 von 10, aber das ist kein Headhunters für mich gewesen. Und ich finde, dass das der größte... Du meinst Hardstyle auf EDM, oder? Genau, ja. Du hast Haus gesagt. Ja, von Hardstyle auf EDM, ja. Das war der größte Genickbruch, finde ich, für dieses Projekt Headhunters als Fan. Für ihn wäre es finanziell und managementmäßig natürlich, das ist durchdacht gewesen. Absolut, ja, natürlich, maximal. Aber als Fanliebe ist es klar, du baust dir vielleicht sogar, ganz sicher, ein neues Zielpublikum auf. Du gehst in diese EDM-Szene hinein, die brutal angepusht ist, die eh gerade total im Hype war, und holst dir diese Leute und dann sagst du irgendwie drei, vier Jahre, ja, ich gehe zurück zu Hardstyle, eigentlich fühle ich dieses EDM-Haus gar nicht. Weiß ich nicht, ob ihm das so gut getan hat fürs Image. Ja, kann man jetzt nur philosophieren. Einerseits kann ich die Strategie dahinter verstehen. Du hast ja deine Hardstyle-Base, gehst halt ins EDM rein und holst dir vielleicht aber trotzdem die EDM-Fans, die du aufgebaut hast, in die Hardstyle-Szene zurück. Ich glaube, dass das so ein bisschen ein Gedankenansatz war, oder auch maximal einen Profit im Endeffekt rauszuholen, weil EDM halt komplett gehypt war. Gar nicht. Ich glaube wirklich, dass darum geht, sich Connecten mit den größten EDM-DJs, die es gab zu der Zeit und halt einfach da diese Fans abgreifen und sagen, hey, wenn wir da auch nur, weiß ich nicht, eine Million neue Hardstyle-Fans gewinnen durch diese Aktion, dann ist das cool. Natürlich bringt sich das, wie gesagt, wirtschaftlich und marketingmäßig sehr, sehr viel, aber als richtiger Fan, der sagt, hey, für mich ist Hardstyle, für mich ist Hardwell Hardstyle und wenn ich Hardwell, wenn ich Hard, ich komme da jetzt gerade komplett durch, Bruder, wo bist du? Wenn ich Headhunt das D, will ich Hardstyle sehen und hören und nicht, dass ich dann irgendwelche EDM-Nummern auf 128 ppm, das finde ich toll. Ich weiß schon, was du meinst, ja. Eben das Gleiche, wie eben bei mir mit Hardwell. Also natürlich, ich finde sein Set trotzdem cool und das ist energiegeladen und so weiter, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Ich habe ihn auch schon live gesehen am Ultra und so weiter. Es ist mega gewesen im Endeffekt und jetzt traue ich mich sogar zu behaupten, dass ich es nicht gleich feiern kann, wie die alten Sets, weil das einfach auch meine Zeit als DJ vor allem sehr geprägt hat, sagen wir mal so. Ja, schwierig. Schwierig ist es. Finde ich auch, ja? Weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll, aber ich finde es schade, auf alle Fälle schade, wenn, um das vielleicht ein bisschen abschließen zu können, ich finde es absolut schade, wenn Künstler irgendwie von dem zurücktreten wollen, wodurch sie eigentlich bekannt und populär geworden sind. So wie im 2000er-Eck, der sagt, nee, ich mag das nicht mehr machen, lass mich damit in Ruhe, ich will jetzt den Mainstream von heute spielen zum Beispiel, würde ich die Welt nicht verstehen, weil du machst ja dein Geld mit der anderen Sache. Es kommen ja die Leute genau deswegen, du hast ja deine Fanbase aufgebaut, deswegen kommen die Leute nicht, damit du die gleichen Nummern spielst, die jeder Resident spielt, unterm Strich, also um es ganz schlecht, also ganz schlimm zu formulieren. Ich hatte da in Wien so einen kurzen Smalltalk mit Don Diablo. Der war, na, mit Oliver Heldens, sorry, das war Oliver Heldens, der hat ja jetzt so ein zweites Projekt gegründet für seinen anderen Musikstil. Der meinte auch, das macht er jetzt nur, ja, doch, Oliver Heldens. Der macht das jetzt nur, damit er jetzt nicht das Projekt Oliver Heldens damit irgendwie verändert, sondern sich damit einfach wirklich, da ist die Gage billiger, aber du darfst auch nicht, wenn du diesen neuen Künstler buchst, also ihn als das andere Projekt buchst, in keinster Art und Weise mit Oliver Heldens knüpfen. Das will er nicht, darfst du auch nicht, macht ja auch Sinn. Na logisch. Aber das finde ich wiederum ist eine gute Alternative, wenn du sagst, du hast Bock auf die Musik, dann gründe ein neues DJ-Projekt, ein neues Projekt oder setz dir eine Maske auf oder keine Ahnung wie auch immer und dann genieß es, dann genieß das Leben, weil dann geht es dir dann nicht um so finanzielle, das ist auch okay. Da sehe ich das gleiche wie bei Carnage im Endeffekt, der war, das war der Vorzeigedj für komplette Eskalation und Traufhauen für mich, also wenn du den live erlebt hast in einem Set, der ist ja komplett durchdreht im Endeffekt und wirklich geisteskranke Sets. Der beginnt ja mit 128 BPM und hört mit 400 auf oder so. Ja, gefühlt oder so irgendwie, also komplett geisteskrank und auch die Drops einfach nur geisteskrank, also kannst du in keinen Club spielen, glaube ich, mehr. Ja, ja. Und der hat ja auch dann Carnage an den Nagel gehängt im Endeffekt, weil ihm das Haus getaugt hat scheinbar und macht jetzt mit Gordo sein Hausprojekt, so komplett auf Tech House, Ibiza-Style. Das ist das Disco-House, ja, genau. Das ist das New Disco. Das finde ich halt, wie gesagt, ich glaube, dass das wirklich, wirklich ein fetter, es wird nie wirklich groß Mainstream, es wird sich so ein bisschen mit dem Mainstream koppeln, dieser Disco-Sound, aber es wird halt einfach eine richtig geile, es wird, wenn du jetzt ein Festival hast, es wird eine richtig fette Nebenbühne, die man richtig cool mit richtig, richtig geilen Künstlern, wenn du da so eine Purple Disco-Machine zum Beispiel anhörst, was für Vibes der in diesen Nummern teilweise rüberbringt. Ich mag das Projekt Purple Disco-Machine jetzt an sich nicht wirklich so, dass ich sage, ich bin größter Fan und ich kaufe mir jetzt ein Ticket, aber wenn ich im Auto sitze und diese Nummern höre teilweise, wenn es jetzt wirklich eine schöne Frage ist oder wie auch immer, dieser Vibe, der da rübergebracht wird, das schafft dir keine EDM-Nummer. Ja, safe, safe. Finde ich auch so, also ich bin auch im Sommer, du hast das eh mitbekommen, auch teilweise, wenn wir irgendwo gemeinsam gespielt haben mit den Haussätzen und so, ich bin da voll drin, also ich fühle das dann auch, wenn so auch die Umgebung ein bisschen passt und so. Ich finde das mega. Ja, komplett, also ich finde das mega, also fühle ich absolut zu 1000%. Ich hätte noch zum Abschluss eine kleine Community-Frage bekommen, die ich sehr interessant gefunden habe. Wie siehst du oder wie sehen wir, fang du mal an, in Österreich diese, ich sage mal, unsere Bundesländer sind eben als Bezirk unterteilt. Österreich, das Land Österreich hat seine neuen Bezirke mit den Bundesländern. Wie unterschiedlich ist die Musik in den Bezirken? Oder in den Bundesländern, sagen wir so. Wie unterscheidet sich das? Unterscheidet sich es überhaupt? Ja, unterscheidet sich es sehr wohl. Also ich nehme jetzt zum Beispiel, ich nehme Wien her, Wien hast du mehr, wie soll ich sagen, mehr Nischen für verschiedene Musikrichtungen und für verschiedene Genres auch vor allem. So wie bei uns in Kärnten, bei uns in Kärnten hast du gefühlt von Spital bis Wolfsberg schon einen Unterschied wie von Kärnten nach Wien. So von der Musik her. Aber liegt das an dem Klub oder liegt das an den DJs oder an was liegt das? Liegt, glaube ich, weniger am Klub, liegt mehr an den DJs, wenn ich ehrlich bin. Natürlich, außer der Klub macht sich jetzt so eine Nische zum Beispiel, dass er sagt, okay, bei uns wird wirklich nur Haus, Techhaus, Techno gespielt zum Beispiel. Wenn das ein Klub von sich aus sagt, das ist mein Ding und die Leute kommen ja dann nur deswegen dorthin, weil sie wissen, oder Hip-Hop, R'n'B oder sonstiges. Dann ist das was anderes. Aber so in den normalen Mainstream-Clubs, sag ich mal, klassische Großraumdiskotheken, da liegt es meiner Meinung nach am DJ oder an den DJs, wie das Publikum quasi erzogen wird unterm Strich, weil wenn du jetzt ein Resident-DJ hast und der spielt jedes Wochenende das gleiche Set von Anfang bis Schluss und tauscht nie, also du weißt theoretisch, um 22.37 Uhr kommt jetzt Nummer XY, dann ist das nicht gut. Also bringt das ja auch wenig. Also sicher sind sehr, sehr viel auch die DJs dran beteiligt, im Endeffekt. Aber ja, die Musik variiert schon sehr stark, würde ich sagen. Also in Wien vor allem gibt es eben für verschiedene Nischen, eben gerade im Technobereich oder sowas Underground-mäßigeres, sag ich mal, aber auch für Hip-Hop, R'n'B, mehr Möglichkeiten als bei uns in Kärnten zum Beispiel jetzt. Natürlich. Man muss halt auch sagen, in Wien ist, Wien lebt eigentlich vom Tourismus. Die ganzen Großraumläden, die haben natürlich ihr Stammpersonal und ihr Stammpublikum, das ist auch cool, aber das richtige Geld machen die im Sommer mit den Touristen in Wien. Wenn ich jetzt nach Oberösterreich zum Beispiel schaue, dann ist die Musik sehr Deutschland getrieben. Das heißt, die Deutschen sind generell immer ein bisschen früher dran mit der Musik als wir. Wenn ein Hit in Deutschland ankommt, kann es da sicher sein, dass der erst zwei, drei, vier Wochen später bei uns ankommt. Das heißt, die Oberösterreicher sind immer ein bisschen weiter als eben ihr in Kärnten zum Beispiel. Ihr in Kärnten seid viel mehr so auf dieses wenn ich jetzt sage Bauern-Sound, das ist so despektierlich, aber ihr seid so mehr auf dieses Mitgrölen, Mittrinken, Mitsingen und man kennt jede Nummer, man kennt jeden Text. Wenn man da in Kärnten ankommt mit so richtig coolem Club-Sound und so dieses richtige Haus, Disco-Musik in der Prime-Time. Kann es sein, dass das in die Hose geht, ja. Du wirst fragend angeschaut, wenn du da wirklich in so einem Laden bist, der das null kann und null macht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Dream anschaue, der ist ja aus München, da laufen die Nummern in Oberösterreich, das sind die besten Nummern in den Sets. Ich habe in Burgenland gespielt, da war Dream schon echt bekannt bei uns. Also bei uns in Oberösterreich und jetzt in Burgenland kannte den eigentlich noch niemand groß. Das merkt man halt extrem auch an der Musik und du musst dich in Deutschland auch extrem anpassen. Ich spiele jetzt die nächsten zwei Monate vier, fünf Mal in Deutschland. Das ist immer eine gewisse Herausforderung, weil ich kann nicht mit den Nummern, die hier funktionieren, davon ausgehen, dass die in Deutschland funktionieren. Die dort auch funktionieren, ja. Wenn ich jetzt an der Gigi D'Agostino denke, je weiter du im Norden bist in Deutschland, desto weniger Leute kennen den. Klar, jetzt Lamour to Jure aus naher Vergangenheit, weiß man warum, aber so, dass man sagt, hey, die Nummer, man kennt da Lamour to Jure, bla, bla, bla. Der Rest wird schon wirklich sehr, da musst du schon wirklich viel Ahnung von Musik haben. Das habe ich mal zu Silvester gehabt, wie ich in Deutschland aufgelegt habe. Das glaube ich, mein erstes Mal, dachte mir, ich bin da jetzt voll motiviert und bin da voll Profi und fange da jetzt an richtig auf Halligalli spielen, eine Gigi D'Agostino-Nummer und werde fragend angesehen und denke mir, hä, kennen die das da nicht? Dann sagt der Elge zu mir, ey, du weißt schon, dass da Italien irgendwie 1500 Kilometer weg von uns ist und wenn du jetzt nach in die Schweiz schaust, die Schweizer sind extrem Hip-Hop, R'n'B-lastig. Wie Despacito rausgekommen ist die Nummer zum Beispiel. Habe ich von Schweizer DJ-Kollegen geschickt bekommen vorab, haben gesagt, hey, Achtung, wird absoluter Welthit. Merken. Habe ich mir dann in mein Set gegeben, weil ich fühle die Nummer heute noch. Habe die in Wien in einem Großraumclub, in einem sehr, sehr gehobenen Großraumclub, nenne ich es mal, also wirklich 21 plus Einlass, habe die Tanzfläche gesprengt damit. Die war leer, also wirklich leer, weil die keine Sau kannte. Zwei Wochen später lief die Nummer im Radio auf und ab. Ich war wieder in dem Club. Um 22.30 Uhr, eine halbe Stunde nach dem Aufsperren, war der vierte Gast oben, der sich diese Despacito-Nummer gewünscht. Und dann siehst du halt wirklich als DJ mal, hey, wie wichtig ist denn das Timing, wenn du eine Nummer spielst? Ja. Absolut. Also es ist extrem und eben, wie du sagst, es ist halt wirklich so grenznah. Wir ziehen uns gefühlt immer das so aus dem Ausland ein bisschen an, weil Österreich ein viel zu kleiner Markt ist, um da jetzt wirklich großartig zu sagen, hey, bumm, jetzt geben wir Gas. Wenn du jetzt hernimmst, ich glaube, keine Ahnung, Silo und Speer ist aktuell einer der größten und erfolgreichsten und bekanntesten Ecks in Österreich. Die kann ich bis nach München spielen. Wenn ich aber mit Silo und Speer irgendwie in die Schweiz komme, boah, weiß ich nicht, ob das dann so gut ankommt. Nee, sicher nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber es ist tatsächlich so, ja. Deswegen, ja, was zum Abschluss sage ich noch, hast du das Voting gesehen mit dem schönsten Dialekt Österreichs? Kärntnerisch Nummer eins. Absolut verdient. Ich genieße es jedes Mal. Das ist wunderschön. Und Wien war letzter, glaube ich sogar. Ja. Ich wollte es nicht sagen, aber auch das verstehe ich. Ich glaube, Traum oder? Was ist? Was ist, Christian? Was steht an nächste Woche? Watt, ich habe gerade keine Ahnung. Oh ja, Halloween. Voll spielst du? Ja, spiele ich. Freue ich mich auch schon sehr. Als was verkleidest du dich? Ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt eine Verkleidung brauche. Ja, schon. So schlimm, wie du jetzt ausschaust, das darfst du nicht mal zu Halloween machen. Nee, ja, irgendwas werde ich mir schon einfallen lassen, so eine Kleinigkeit, aber ich will mir nichts irgendwie über den Kopf ziehen oder sonst irgendwas, weil mir schon so brutal heiß ist und gerade Halloween ist immer noch mal so ein Mönchkostüm Geheimtipp 15 Uhr. Einfach so ein Mönchkostüm. Ich weiß schon. Nee, schaue ich noch, also bin noch am Tüfteln und Überlegen. Irgendeine Kleinigkeit, ja. Halloween und dann nach Halloween, frage ich mich noch, wie das gehen wird, aber es wird schon gehen, bin ich in der Eishalle wieder mal. Am selben Tag, nee, oder? Nee, am ersten, also der Tag nach Halloween. und ja, das war es dann auch für das Wochenende, das reicht dann schon wieder. Ja, na dann, wünsche ich dir viel Spaß. Dankeschön, dir auch. Viel Spaß beim Zuhören oder ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Checkt unsere Social Media Kanäle ab, die werden jetzt laufend gefüttert mit Reels, weil jetzt hast du dein Studio endlich fertig. Ja, jetzt können wir das endlich gescheit aufnehmen und draufschneiden. und unbedingt in den Kommentaren reinschreiben, welches Studio schöner ist, meins oder ein Dirty Dance, ich glaube, ich ziehe da jetzt sogar den Kürzern gegen dich. Also dieser Affe da oben, dein Bruder, der holt viel raus. Der ist mega, ich fühle ihn. Der ist mega. Ich habe den gesehen im Baumarkt und nee, ich habe den selber gemahlen natürlich. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Ciao, ciao. 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 Ciao.